starke listen gut durchmischt aus jungen dynamischen sowie erfahrenen kolleginnen und kollegen viele neue gesichter die gdp leben und auch mit leben füllen werden wir machen ja eigentlich nicht erst vier wochen vor der wahl wahlkampf für die gdp und für unsere listen wir machen ihn bereits seit drei jahren und das tagtäglich unsere gdp zeichnet sich aus durch eine geradlinige basisnahe und offensive gewerkschaftspolitik die wir über unsere personalräte weiter verankern werden egal ob studierende tarifbeschäftigte oder beamtinnen und beamte egal ob übergeleitete oder erfahler die gdp ist eine gewerkschaft für alle und mit 2800 mitgliedern hier im saarland in allen dienststellen zahlreich vertreten freie listen oder kleine gewerkschaften haben nicht den notwendigen wumms um starke personalräte zu bilden hinter jedem personalrat muss eine starke gewerkschaft stehen die gdp wir bitten euch um eure solidarität um euer vertrauen und um eure stimme bei der wahl welt gdp 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 für dich für dich im und im 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 Untertitelung des ZDF, 2020